ja hallo und herzlich willkommen wieder zu let's play minecraft tropical paradise bei der ja genau bei der adventure map tropical paradise wir sind hier noch am strand von letzten mal aber warum ist das so leise alter 60 prozenten bekommen das grad voll mega leise vor komisch naja auf jeden fall wir sind hier noch am strand aber jetzt müssen auch mit auch mal so langsam mit den aufgaben weitermachen ich komme noch mal ganz kurz ins buch wir haben jetzt den strand besucht und wir sollen das theater besuchen und danach das city city building die aussicht daher da bin ich ja mal gespannt aber bevor wir das theater besuchen möchte ich hier ein bisschen was erkunden und wir sollen auch mal was fressen haben wir noch irgendwas anderes zum fressen da ach jetzt haben wir jetzt hat sich das aufgeführt doll ich nehme mal gleich ein schwert in die hand gibt es ja auch nicht ich möchte jetzt hier mal ein bisschen was erkunden denn wir sind hier nicht nur da um die aufgaben zu erledigen sondern auch um die stadt einfach mal anzuschauen das gehört nämlich dazu ich schaue mal ganz kurz meine framerate an joo 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 gut ja moment mal was steht hier theater bahnhof strand also hier ist zwar das theater oder wollen wir jetzt noch mal ins theater geht die aufgabe machen ja ja das machen wir und dann schauen uns auch noch ein bisschen um theater aber hier wird heute nichts aufgeführt hier wird wo müssen wir lang alter was das also ich sehe nix scheiße ich gewollt ich gebe als erstes zum zu starten ach so nee das ist ja noch von vor ach wir sind jetzt im theater drin ach wie geil aber hier läuft leider nichts ich muss eben auf hell stehen ich das ist mir zu blöd dass wenn ich hier kisten übersehe also noch sieht es ja eigentlich ist da ist da unten eine kiste oder ich glaube ich gehe mal da unten gucken aber bau mal die fackel hier ab hier ist zum beispiel auch noch eine tür wo man lang geht aber hier kann man ja nicht hier kommen wir gar nicht durch sie zumindest so aus aber schon geil gemacht aber hier müssen wir also anscheinend nicht lang ich gucke jetzt mal hier lang eben ich gucke mal was passiert wenn wir hier lang laufen ach guck mal jetzt sind wir hier unten ach geil guckt mal wie geil sag mal sind da eigentlich fischer oder so ich rede mich wieder nichts wo ich das habe ich habe das sogar auf hell gestellt und ich sehe immer noch nichts alter das mit dem theater ist ja richtig geil gemacht muss man jetzt mal sagen scharf ist dahinten ich glaube es nicht gut dann gehen wir hier auch mal wieder raus es gibt nämlich noch mehr wege wo wir lang gehen können nämlich zum beispiel hier nach oben moment mal hier unten geht es auch noch lang da muss ich auch noch mal ganz kurz gucken wenn wir jetzt hier reingehen ins theater ach so dann sind wir ach das ist richtig geil gemacht und alter das gibt es gar nicht weil ich bin sprachlos wieder mal wie kann man so was ganz hinkriegen ey oh man ey guckt euch das einfach mal an ich war schon so lange nicht mehr im theater und jetzt hast du hier sowas so ein geiles theater in minecraft also ich meine ich finde das auch so geil dass es hier oben so blinkt also die ich weiß gar nicht bloß wie heißen die blöcke denn noch weiß ich jetzt auch nicht ist mir auch egal extrem geil eigentlich hasse ich theater irgendwie liebe ich theater ohne witz ergibt keinen sinn aber ist so also hier ist glaube ich dann falsch gewesen dann schaue ich noch mal ob wir hier oben noch lang können und ob da noch irgendwas spannendes ist ich habe bestimmt schon wieder kisten oder sehen oder auch hier hier geht es ja auch noch lang wieder hier ist noch eine tür hier ist immer auch nichts alter geil geil gemacht respekt ohne witz ich müsste mich mal hier entstehen und dann ja aber auch theater stück aufführen hier ist doch jetzt auch ich wollte gerade schon sagen ist bestimmt eine kiste oder so die ich wieder übersehe so da mache ich jetzt folgendes nein es wird ja nacht und ich habe es aber kann ja eigentlich nicht auf so eine monster nacht lust ich möchte hier die map erkunden also also die den 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 ort den die stadt meine ich den ort ist auch nichts aber trotzdem mega hammer geil ich übersehe doch bestimmt schon wieder was oder da kann ich da kann ich da kann ich ja darauf wetten dass ich schon wieder an kisten und sowas übersehen habe aber naja ist nun mal leider so verzeiht mir bitte dass ich das auf hell gestellt habe ich lasse es jetzt mal auf hell weil ich dann einfach nichts sehe und das geht mir langsam sofort von oben keks so warte mal was steht hier noch genau drin ne war das falsche buch reiseführer das theater haben wir schon besucht läuft leider kein stück besucht das city building genießt die aussicht aber ich möchte jetzt eigentlich erstmal ein bisschen rumlaufen und gucken was wir hier eigentlich alles noch so schönes haben hier können wir nicht rein schade ich weiß gar nicht was das sein soll sieht aber auch alles interessant aus und die straßen latin sind auch echt geil gelogen und hier haben wir hier haben wir glaube ich auch kein knopf ich probiere es jetzt einfach aus weil man sieht die knöpfe ja manchmal nicht mit dem mit diesem texture pack was ist denn hier können wir hier rein auch nicht wieso kann man hier nicht rein keine frage an spike doch zu dem erbauer der map wieso kann man hier eigentlich nicht rein warte mal ach das ist die tür und da sind die häuser einfach nur so zu erziert und da kann hier wahrscheinlich auch nicht rein sieht zumindest nicht so aus und hier auch nicht ja auch nicht alter dann gehe ich jetzt erst mal weiter das ist aber nicht das sind auch eisentüren stimmt doch jetzt egal ich laufe trotzdem ein bisschen weiter lang ich meine die stadt ist sowas von hammer geil und ich hoffe dass jetzt keine viecher und schon mehr nerven werden noch in der nacht ich habe doch aber auch auf normal gestellt oder ja super perfekt mein mail ist schon wieder peter aber ich gehe ich kann das nur nicht glauben was das guckt euch das mal an wie geil die stadt einfach nur ist vorguckt mal wie geil in die ganzen gebäude und da hinten ist das das city building ich glaube schon oder alter alter man das so geil ich gehe jetzt mal kurz hier ab ich mal kurz hier ab dass ich muss mal eben hier kurz gucken und so und ohne die gui weil die grad störend ist also echt geil echt geil downtown bahnhof ich bin auch noch in downtown oder aber ich habe bestimmt schon wieder so viel übersehen ey ich werde nichts übersehen aber ich habe bestimmt schon wieder so viel übersehen da war doch auch noch so was gewesen wo ich noch rein wollte in der letzten folge wo war denn das noch ich weiß ich glaube ich glaube ihr wisst jetzt gar nicht was ich meine aber ach hier ist das stadion das weiß ich natürlich noch ich frage mich gerade wo das ist da hinten ist auch noch lange da sind ja die ganzen häuser ja ich glaube ich glaube zwar nicht hier lang und ich habe ja ich habe auch schon eine ganze menge in der letzten folge übersehen ich habe das zwar selbst noch nicht gesehen aber ich aber spiked dass er meinte halt dass ich viel übersehen habe deswegen schätze ich mal dass vielleicht ach jetzt immer wieder am strand oder wie ach wie geil vielleicht ist ja irgendwas im wasser was ich übersehen habe kann das sein dass hier irgendwie kisten sind also ich sehe hier keine ein bisschen zu hell oder jetzt habe ich das auf hell gestellt und hier sehe ich alles ich kann ich kann das eigentlich auch 50 prozent stemmen ich weiß jetzt nicht ich weiß jetzt nicht hier geht es auch nirgendwo rein so wie es aussieht dann schaue ich noch mal ein bisschen weiter was haben wir ach ja genau hier war der basketballplatz gewesen ich hab's gewusst du bist stück also ich meine zwar nicht damit nicht euch zuschauer ich dass jemand anzeige jetzt erstattet nein war ein kleiner scherz der immer wieder nicht lustig war auch man da kommen die alle her sind jetzt hier einfach oder was sind ja schon ein bisschen nepp ach die wollen mit mir basketball spielen ach so würde gucken und ich glaube dass sie so der basketball sein aber trotzdem sehr geil gemacht hier muss man wirklich einfach mal sagen ich mir gefällt mir gefällt das wirklich sehr der basketballplatz auch wenn ich eigentlich kein basketball mag und ich glaube jetzt noch mal hier ein bisschen weiter lang ich glaube irgendwo hier war das auch was ist schon mit der framerate los kann man hier rein wo nicht ach hier waren wir hier waren wir doch glaube ich schon oder ach ja die glaskoppel wird ja in der finalen version der map noch entfernt das finde ich auch extrem geil weil die stört mich ja so ein bisschen das einzige was mir stört der rest ist einfach nur unschlagbar geil war hier schon drin was alter wie geil hier ist eine o-bahnstation glaube ich alter geil warte mal habe ich ja was übersehen da hinten geht's hoch da hinten geht's hoch da hinten geht das da hoch ich glaube schon aber soll ich da jetzt wirklich mal lang gehen ne ich laufe doch nicht die strecke bänder müssen wir schon lang fahren aber ich möchte jetzt erstmal noch weiter gucken muss ich mal ich weiß auch gar nicht ob wir das jetzt überhaupt schon machen dürfen damit der u-bahn fahren deswegen glaube ich jetzt erstmal ein bisschen weiter joa so ach menschen gibt es noch so viel zu entdecken und ich zeige hier wieder nichts ey ist ja auch nicht zu fassen glaube ich eigentlich gerade im kreis die ganze zeit und wie lange nehme ich gerade auf zehn minuten war es so viele schon also da wird mir noch gar nichts richtig geschafft aber trotzdem das theater fand ich schon extrem geil die schüttel geht auch nicht auf alles eisentüren ohne knöpfe und ich glaube ich bin ich glaube wir gerade wirklich im kreis was ist denn das hier aber wie geil was ist denn das soll das ein spielplatz sein ne ohne bis jetzt mal alter ne Kiste ne Kiste Holzschwert Apfel Lederkappe äh 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 Lederkappe Lederkappe Moment mal Lederkappe brauche ich nicht ein Holzschwert brauche ich auch nicht aber ein Apfel den könnte ich gebrauchen den könnte ich wirklich wir haben keine Äpfel mehr dann schmeiß ich jetzt ganz ehrlich einen Trank weg ne bitte mit der Wasseratmung ich kann mir nicht vorstellen dass wir die brauchen und tut mir leid ich hab gerade geblendet ich bin ein bisschen müde tja halt einen scheiß Tag wieder naja aber was soll das hier darstellen soll es ein Spielplatz sein ich weiß ja nicht aber auf jeden Fall ist es geil gemacht und hier alter was ist denn das was ist denn das hier ich glaube wir kommen auch so langsam mit dem City Building immer näher und was ist das ach hier ist das Parkhaus wo die ganzen Viecher drin waren da gehe ich jetzt auch nicht nochmal rein da waren wir ja schon drin habe ich da eigentlich auch schon alles erkundet ich glaube schon oder war ich da schon oben nein ach nee weil oh nein guck mal der macht das immer schon in so einer geilen Stadt und jetzt fängt das mit allem an zu regnen oh nee ach hier ist wieder der Start nee was ist denn das nee Rathaus oder was ist das was machen wir denn die Viecher jetzt die regen schon wieder sowas von auf Moment ich muss mal kurz gucken das hier da hinten ist doch irgendwo das City Building oder aber ich laufe jetzt ich laufe jetzt mal hier außen rum hier ist ja das Stadion wenn ich mich recht erinnere also richtig erinnere wenn ich recht erinnere sonst kommen hier irgendwie die Kommentare Leute wieder was falsches denken tut mir leid obwohl ich nochmal gerade richtig stehen wieder so dann gehe ich mal hier rum und ich komm ich gehe jetzt zum City Building wir haben ja danach bestimmt noch Zeit ein bisschen hier zu erkunden was ist denn hier ach hier ist auch wieder die U-Bahn-Station ach dann kann man ach man kann hier in der Stadt auch einfach so hin und her was wir können hier in der Stadt auch hin und her fahren mit der U-Bahn wie komm ich jetzt hier wieder raus hab ich noch mein Card hab ich noch mein Card Boot Alter Alter wie soll ich hier wieder rauskommen scheiße scheiße wie soll ich denn hier wieder kann man da irgendwie ein Minecraft äh kriegen nee glaube ich nicht ach scheiße tut mir leid Leute da scheint wahrscheinlich noch ein Fehler der Map zu sein ich hoffe es mal äh tut mir leid ich muss mal ganz kurz anders würden wir hier nicht rauskommen so Game O2 wieder bin ich drin so dann laufe ich jetzt hier lang die Sonne geht da hinten langsam auf wir können es nicht sehen ach hier regnet es noch aber hier nicht wahrscheinlich wegen den nee der Regen hat aufgehebt ah endlich Alter war zum Glück nur kurzer Regen ach jetzt sind wir schon wieder hier gelandet Alter ich laufe wirklich im Kreis das gibt es ja nichts das darfst ja keinem erzählen ich möchte jetzt zum City Building mal eben ich möchte jetzt zum City Building bitte 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 aber bitte mit Zahnen oh Alter ey alte Zeiten naja so aber bitte mit Zahnen sorry passt gerade nicht rein aber jetzt mal ehrlich gesagt zum Adventure ich finde das sowas von geil und hier das Level 10 ist meiner Meinung nach auch das beste Level der ganzen Map jo finde ich so laufe ich jetzt mal hier lang ich schätze mal dass wir da irgendwie dann rein können ich schätze mal dass das das City Building ist und dann können Moment mal ach so kann das irgendwie am Biom liegen oder nee nee das liegt nicht direkt am Biom am Biom am Biom glaube ich sondern guck mal wenn wir jetzt hier sind Biom Plants Forest ich glaube das liegt eher daran dass es auf Teilen der Map regnet und auf anderen Teilen der Map nicht und das ist hier jetzt ja alles eine Stadt und jo die Stadt ist so riesig dann haben wir bei manchen Stellen Regen und bei manchen nicht Alter was ist denn das hier ach hier geht es auch wieder zur U-Bahn oder ist das das hier die Building oh nein 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 ich will nicht sprinten jetzt sonst äh hab ich ja gleich wieder haben wir sonst haben wir gleich wieder Hunger was ist denn das nochmal Big Ring Stadion äh Stadion ach das ist das Stadion so ich weiß nicht ist das das City Building oder das da hinten oder ist da noch irgendwas oder das das könnte auch sein Spydosser steht da drauf ich guck mal ob man hier irgendwie rein kann oder ist das ein Einkaufszentrum oder irgendwie so Alter ich geh jetzt mal eben hier erstmal rein ich muss hier mal eben kurz gucken hier können wir nicht durch wieder äh weil wir da den Knopf weil wir da keinen Knopf haben und so und ich glaube hier können wir nirgends wohl lang aber hier ist eine Kiste eine Küste und das können brauchen wir aber eh nicht toll ich dachte Erfahrungsfläschchen so hier können wir aber eh nicht rein das heißt ich schätze mal dass wir hier auch nicht rein müssen kann man hier noch runter gehen nee dann schaue ich mal weiter vielleicht können wir auch da oder da irgendwo rein ich weiß jetzt nicht was genau das City Building ist oh Alter sorry äh falls ich gerade ein bisschen rummeckere das liegt daran weil der Tag heute war aber naja ist ja ein anderes Thema wir sind hier jetzt ja bei Tropic of Paradise und was ist das da Alter ich muss auch so viel erkunden ich hab so viel ich hab von der ganzen Stadt noch nicht so viel erkundet und ich hab grad gedacht ich krieg Paras ich hab grad das Huhn gar nicht richtig realisiert ich hab nur gesehen dass da was lang gelaufen ist so dann geh ich jetzt einfach mal oder ist das hier ich glaube das ist da hinten oder also das war es ja glaube ich jetzt nicht wo ist denn das City Building ich geh jetzt einfach mal da hinten hin was steht denn da auf dem Schild Strand Park Pizzeria Moment Moment wir können uns jetzt erstmal ne Pizza aber ich glaub da dürfen wir da rein ja ich möcht mir ich möcht mir gerne Pizza bestellen mit extra scharf mit Salami und Peperoni oh 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 fuck ich muss erstmal irgendwas äh oh weißt du was so Knochen ein Steak ein Steak oh ne das tauscht gleich eine giftige Kartoffel aus und Knochen werden wir eh nicht brauchen so sag mal 30 FPS naja wenigstens kein Ruckel so jetzt haben wir schon mal wieder ein bisschen Essen unser Essen aufgestoppt und jetzt geht's weiter was ist denn das hier noch ach hier jetzt sind wir wieder hier genau hier wollte ich auch hin das meinte ich auch wohin was ist das hier ist das ein Parkhaus auch oder ist das soll das irgendein Fitnessraum sein ich weiß das auch äh ja nicht Küste 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 nee Kiste oh man das brauch ich aber hier den Loren die können wir vielleicht noch gebrauchen Alter mir ist das hier mit den Trägen zu blöd ey warte mal kurz unter Wasseratmung der Heilung äh der Nachtsicht unter Wasseratmung unter Wasseratmung dann machen wir das mal eben so Trank der Heilung wäre bestimmt ein bisschen sinnvoller und eine Lederhose brauchen wir auch nicht so gehen wir hier wieder raus hier war glaube ich keine Kiste ich hab hier doch geguckt oder ich gucke hier zur Sicherheit nochmal hier keine Kiste jo dann geht's weiter wo ist denn das jetzt noch ich hab doch hier irgendwo eben noch da hä wo bin ich jetzt vielleicht komm bescheuert ich hab doch hier eben irgendwo noch ein Haus gesehen was meiner Meinung nach wie ein City Building aussah wo ist denn das jetzt hier ist hier sind wir diese ganzen Häuser am Strand ich glaub ich wäre jetzt hier erstmal die Aufnahme vielleicht mach ich die nächste Aufnahme oder Folge oder beides einfach mal länger und dann schau ich nochmal richtig ich wollte eigentlich in dieser Folge noch auf City Building aber ich weiß das nicht wo das ist hier können wir auch noch hochlaufen ich bezeichne jetzt hier erstmal die Aufnahme und warte mal ab was der liebe Spike-Dosse der Bauer der Map dazu sagt vielleicht bin ich auch einfach blöd und übersehe das ist das das da ja waren wir doch auch grad oder nicht jetzt sind wir hier wieder gelandet steht hier vielleicht irgendwie was City Building noch da ach da ist es doch das City Building oder nicht wie komm ich denn da jetzt ein steht hier auf den Schildern ja City Building hier lang und ich glaub das ist das City Building ich weiß noch nicht wie ich da reinkomme oder bin ich hier schon wieder was übersehen bin ich vollkommen blöd oder geht man hier nicht rein vielleicht müssen wir auch da hinten irgendwie rein ich mein das ist ja riesig ja ich glaub da müssen wir rein oder aber das ist ja nicht das ist aber nicht mehr der City Building und vor allem das sind Eisentüren wieder da können wir nicht durch ich schätze mal dass hier schon richtig ist äh vielleicht hab ich wirklich was übersehen ich schau noch mal kurz nach sieht hier aber nichts aus hier sind keine Knöpfe ja ich weiß nicht ich beende jetzt erstmal die Folge und dann sehen wir das sehen wir das ja nochmal und ich sag mal vielen Dank wieder fürs Zuschauen und jo ciao Leute bis zum nächsten Mal aber Vielen Dank.